Willkommen zurück zum Blob. Ich glaube jetzt geht's zum Endkampf. Und dann muss ich wieder zur nächsten Dings hochjumpen, ne? Ähm. Ich brauche Orange. Lass es noch warten bis hier rot wieder... genau. Ich hoffe Geld war noch irgendwie auf dem Weg. So. Wupp, wupp. Oh, der große Endkampf würde ich sagen, ne? Hm. Oder auch nicht. Ein weiteres Geschützrad. Weich ihm aus und zerschlag es. Ich hoffe bloß, das dauert nicht noch so. Ewigfall. Wir haben jetzt knapp nur noch 10 Minuten. Ähm. Ich hätte mit den anderen Schild noch honnen sollen. Ich hätte mit den anderen Schild noch honnen sollen. Ja. 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 So, wie ich es noch das mitgenommen? Ah, kacke. Ich dachte, ich kann wenigstens schön... Ich brauch noch irgendwas von unten, ne? Achso. Bisschen extra Time ist ja schön. Und jetzt landen wir auf der Satellitenschüssel, ne? Kann das sein? Genosse Schwarz, Inkführer, mal Farbkreuzlöffel mit jeder Farbe zum Hypnostrahler. Äh, wieder sowas. Es ist genau so schwarz. Pack ihn! Legt diese Schalter, um um ein Farbkreuzloch zu öffnen. Wir müssen den Hypnostrahler mit Farbe überladen. Habe ich irgendwas vergessen? Warum passiert nichts? Hä? Ach, da, die Ecke. Hallo. Oh, ne, nicht sowas ohne. Diese APC-Schutz kannst du vielleicht gebrauchen. Bring ein bisschen rot unter die Strahlung. Wo ist der rote Schalter? Da hinten. Wo ist der rote Schalter? Da hinten. Wo ist der rote Schalter? Nein, nein. Na, nein. Okay. So, was macht er jetzt? Einheiten, okay. Blau, alles klar. Und jetzt bestimmt die Farbkombination. Ich sag als erstes Orange. Oh, stärkere Gegner. Okay, Lila. Oh, wir brauchen Farbe. Rot. Rot. Oh, nö. 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 Grün. Oh, nö. Äh, das verfolgt mich ja. Oh, nö. 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 Ernsthaft? Oh, nö. Holy shit. Das war's für heute. Okay, und jetzt orange wird. Orange, okay. Wo ist der Schalter? Da hinten. Okay, ich habe einen Schalter. Das gibt's doch nicht Oh, nein Nein Jetzt fehlt noch braun, oder? Oder haben wir jetzt alle Farben gehabt? Ach du Scheiße Kannst du ja eine ganze Armee von meinesgleichen besiegen Er bricht auf, ein weiterer Farbspritzer wird das Ganze wenden Hm Lonea! Lonea! Tja, 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 Tja. Ich bin so gut. Oh, Gott! Ich bin hier. Okay, das ist auf jeden Fall mal eine coole Form von den Credits irgendwie. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Wie in einem Film. Eigentlich geil. Wie in einem Film. 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 Wie in einem Film.